Hallo zusammen und willkommen zu einer anderen Walk in the Park. Heute ist das Park Palm Island bei Alle Rasten aus. Es ist ein älter Park, aber es ist Episode 30, also der 30. Episode, da gibt es heute noch ein bisschen was Altes. Weil der erste Park, den ich gezeigt habe, war auch von Alle Rasten aus, because the first park I showed, or I've shown, was also von Alle Rasten aus, Asia Island. And yeah, let's see what he wrote on the workshop. He wrote, die alte vergessene Insel in Palm Island wurde wieder zum Leben erweckt. The old forgotten island, Palm Island, came back to life, was awakened, was back, I don't know, yeah, was awakened, something like that. I should have translated it before. Oh, and sorry for the last walk in the park, was German only, for reasons, if you watch it, you know it. Um, what else does he write, um, 10 coasters, 60k pieces, one island, welcome to Palm Island, that's it. Das war's, die Firma mal in the park. Superbeschreibung, superbeschreibung. Ah, aber das, was ihr da hinten seht, ist der Park, I mean, the, what you see in the back already, the park, it's a pretty big park, so maybe a little bit of a longer episode today. Yeah, follow him on Twitch, Alle Rasten aus, um, I maybe modified a little bit in the park. Ich hoffe vielleicht hier und, uh, oh my god, this Feuerwerk mit Palm Island und Herzchen, no, the fireworks. So, uh, yeah, I modified a little bit in the park. Here and there, especially coasters and some other stuff, Alle Rasten aus will notice. So, you see, he started building it in March 2019, so older. I think it was released early 2020. Also, früh 2020 wurde der Park released, ein bisschen älteres Projekt von ihm. Es sieht schon cool aus, es sieht echt schon cool aus von hier, der Eingang. Really nice entrance. Love the sign, for reasons. Hm, ja, der Schild sieht schon geil aus. Besser als sowas hier, also, ah, I don't like these signs. Bay Hotel, I mean, yeah, nice hotel, but the sign, oh, oh, and, oh, some other projects. Asia Island, that was the park I was talking about. Asia Island, there's the park. Oh, and his current project, Space Island. And, and, oh, vom Benutzernamen uns aus. This is not his project, Temple of Death. Ah, we'll look at it. Ah, was released a few weeks ago in the workshop. Is therein, yeah, that's a nice hotel, but also functions as an entrance. Yeah, that's okay. Okay, und der Ausrast hier, ja. Ah, everything is turned in blue when you're up here. A pretty weird bug. Oh, and another project, Benutzernahme, the park, also really cool, mini-park vom Benutzernahme. Oh, and the best park in the world. Ja, vielleicht der beste Park, den es überhaupt gibt, weil von mir. Created by Badge, Rapunzel Kingdom. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Ja, I'm biased for this park, Rapunzel Kingdom. That's a nice idea with the shields. Das ist echt gut, die schildern. Da, da noch was. Die laufen da rum und Sequencer. Das ist cool. Sieht man nicht viel von hier unten, trotzdem cool. Oh, wir gehen links, natürlich gehen wir links. Aber da hat es gleich eine Attraktion, ne? Kleine, nette Cue. Also, ich werde nicht viel Kritik üben um den Park. Der Rasnatz hat ja ein bisschen weitergebaut und sich verbessert. Ja, da kommt man schon, komm. Aber, machen wir jetzt mal. Ja, wir machen schon ein bisschen, ein bisschen wird gemeckert. So, ich will complain a little bit. Es ist ein Older Park von ihm, so, ja. Das ist cool, Integrated. Was do wir hier haben? Overpower 1. Ja, das ist der Standard Name, ich glaube. Oh, ja. Okay. Das ist eine kleine kleine Idee, mit dem Schrein hinterher. Aber, ja. Das ist so speziell, aber es ist gut, mit dem Schrein hier verbaut. Es ist gut, mit dem Schrein hier verbaut. Also, wirklich sehr, sehr klein und kompakt hier, aber richtig cool. Quält man wirklich. Muss ich mal, muss ich mal sagen. Jetzt haben wir da. Captain Hook. Oh, dann war vielleicht auch hier ein Name. Okay, bin enttäuscht. Bin enttäuscht. I'm a little bit disappointed on my day's route. Captain Hook. Sorry for Cherry in the background. I tried to reduce her voice in the editing, but she's waiting in World of Warcraft. It's also really nice done. Taktifu. Wirly Rick. Ah, wieder nicht benannt. Wieder nicht benannt. Ah, no nameset. No namesets. Okay. Oh, die Toiletten. I've already seen it. Ah, ich hab sie gesehen. Die Toiletten gesehen, hab ich sie. That's a nice walk with the chains. Ja, die Passing. Die Passing. Ah, die Wege in Planet Coaster sind halt schon eine Bitschke. Ah. Die Toiletten. Ja, die haben wir halt nicht gesehen. Was haben wir hier eigentlich? Ach, ein kleines Karussell. Benetian Karussell. Oh, auch wieder Standardname. Standardname. Standard. Ah, für jetzt ein wirklich cool Park. Das ist cool, wie der Coaster hier geht. Man kann es sehen. Ein paar Bänke oder so, dass man mit dem Coaster zusehen kann. Ah, das wäre schon geil. Das wäre schon schön. Ja, ein kleines, gemütliches, chill-out-Eck. Good for parents with their children. Also, mit der Kiddies, da abchillen. Aber wie gesagt, es fehlen einfach ein paar Bänke. Ah, Benutzernahme. Alle rasten aus. Follow them. Twitch, Youtube. Cool stuff, cool stuff. Ähm. A lot of again Benutzernahme. Tempel of Benutzernahme. Okay, make sense, make sense. Da gehen wir rein. In den Tempel of Benutzernahme. Mein Gott, ist das leer hier drin. Also, nicht an Leuten, aber an Deko. So, no decoration at all. Just walls. More walls. Oh, and emptiness. And walls. Of course walls. Ganz viele Wände. Ganz viele Wände. Aber gucken wir es mal an. Oh, der heißt ja sogar mal fast richtig. Außer, dass es Tempel von Benutzernahme ist. Aber ist okay. Ist okay. Schwämen wir uns nicht. Ein Schiff verlässt grad. Das war nicht das. Hier ist immer dieses Schiff. Also, in dem Sinn. Erste Ride. Tempel von Benutzernahme. Hui. Da werden wir ermordet. Ja, passt schon. Ja. Genießt die Fahrt. Enjoy the ride. Und... Ja. Ja. Ja! 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 Okay, pretty cool, right? The only thing I missed, we had some nice area here, pretty slow after the second drop. It was cool, well decorated, but after the first drop, directly go up on the next lift hill. Hm. Also beim ersten drop sind wir direkt wieder auf der lift hill. Ähm, jo. Da hätte ich mir auch so einen kleinen Raum mit Deko für eine Schwäschung gefühlt. Ah, to be curious. So leer, aber das ist typisch Rasten. Das ist typisch für alle Rasten aus. A nice little area here. But let's go on. Sind wir hier? Green. Hm. Ah, das ist auch cool, wenn der Coaster hier vorbei kommt. It's a nice little feature, was der Coaster going by hier. Yeah, no security for whatever, but who cares. The NPCs will not work too. Oh, da haben wir eine Feueranimation da. Was haben wir da? Ah, da gehen wir jetzt mal lang. Just follow the janitor. Is that a nice? Ah, wow, wow, wow. Oh, ein Coaster, ein Coaster und ein paar Shops. Haben wir etwa ernsthaft? Nein, nein, das kann nicht sein. Haben wir die wirklich? Sorry, kurz Reshade aus. Was ist am Spiel? Was ist alles bla bla. Wir sind aus, warum? Tja. Ja, vielleicht waren sie nicht immer aus, hm? Maybe they weren't off all the time. But here we have the next coaster. Does it have a name? Pause it, pause it. Ah, hier. Fluch des Kragen von Mackie. Shout out to Mackie. Okay, this is the queue. This queue line here is good. Short, sweet. Does not need a lot of details, because of all the... Ja, die Soilen hier. All the pillars. That's pretty cool. Okay, but let's hop on it. We don't have guests on this side. So, take the side. So, take the side. Machen wir mal die Pause aus, also. Hier, ein typischer Krakencoaster. Fluch des Kraken. Das ist so cool. Ähm. Sollte die nur noch loslegen. Hier, komm Mädel. Go, 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 go. Go, go, go. Dann nicht go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. Okay, der hat eine arschlange Wartezeit. Richtig lange. Fuck. It's a long waiting time. You can take a picnic on this coast too. Ja, komm jetzt gut, ne? Komm, Pausenbrot raus. Ein bisschen was futtern. Noch was trinken. Party machen. Whatever. Die Sonne geht sogar schon auf. Even the sun rises. Hello. We are in fast forward. Just for your information. We are in fast forward. And it does not start. Hello. Hey, little. Starte den scheiß fucking Coaster endlich. Ich hab keinen Bock das Video zu schneiden. Also mach ihn nicht. Go, go. Ten. Nine. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Good news to you ford. Enjoy the ride. Poor. So, come to下 selbst. Immerhin durften wir zweimal fahren. Yay. At least. Two rounds. Yay. Oh. It's called Mackie. Mackie. Fluch der Kraken. Und hässliche Toiletten. Ja, war ganz okay. Was okay. Pretty okay, Ghost. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich hab's auch mal gesehen. Den ganzen Adventure-Bereich haben wir gesehen. So, we've seen this Adventure. Hier, hello. Hello. Kaffee. Mein Gott. Kaffee-Laden und nein, nein, nein. Ist ja gar nix da hier. Wo sind die Mitarbeiter? Where is the staff? Sollen wir mal ein paar reinhauen? Sollen wir mal ein paar reinhauen? Schauen wir mal ein paar reinhauen. Okay. Just place a few. A few. A few. Just a few. Maybe 100. Ah, das brauch ich ein paar Mitarbeiter. Eine paar Mitarbeiter. Das ist was, was man darauf achten kann, bevor man einen Park hochlädt, dass die ganzen Funktionen raus sind. alles besetztes und aber es ist ein älterer park es sei ihm für sie es ist okay es ist ein lauf den weg gehen gibt es ein paar läden zu besitzen few shops a few shops space island could be a cool park looking forward to it bin mal gespannt wie der wird space island das ist cool ein giga coaster hier richtig big giga coaster looking forward to this annibals sturm aber hier haben wir vorher noch was ich glaube das war die welle ja die welle ganz bekannt super beliebte ride bei den npcs wirklich sehr sehr beliebt die welle oder tracker 1 wie man ihn in internen kreisen tracker 1 or the wave jetzt hier die kinderplätze ja mit mir game hold of them game hold of them also hier lasse ich das mikrofon an ich weiß der wasser effekt hier glitscht da menschlich die welle hoch und runter und drumherum die welle hoch und runter und drumherum du 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 einmal nass werden just got a little bit wet cool in the summer that's cool with the integration interaction not the integration of the other coaster that's pretty cool das war's die welle oder xx tracker 1 vom ausgang war hier so ist das schön gemacht schön dekoriert klein kurz ja könnte schon länger sein es könnte länger sein es könnte länger sein es könnte echt länger sein ich würde gerne eine runde spielen aussicht aber der platz ist wirklich schön schön natürlich wie ein richtiger minigolf platz hat doch da noch ist simuliert richtig cool machen wir so ein bisschen schneller hier die höhle muss ich sagen sehe ich jetzt schon die gefällt mir nicht also die steine hätte man noch glätten machen tun können müssen wir noch ein bisschen üben errasten das müssen wir noch üben also hannibal stuhr hannibal stuhr hannibal heißt das okay als wenigstens die mit shoutout hat er benannt hannibal stuhr okay wrong coaster natürlich natürlich train um mal gucken ob der wieder so ewig steht aber das ist glaube ich einer von dem ja bei einem der coasters ich optimierte die timings also das ist ein bisschen eine veränderung weil die timings waren ja die waren echt kacke die timings na dann na dann das sieht geil aus mit dem Mond wie man da entgegen fährt aber genieß die Fahrt enjoy it ride wer vuhr Corinne w w w w w w w Oh! 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 Hm, der Rasten bleibt da nicht lange stehen. Cool, gell? Cool Coaster, like it. I like the Coasters and I cannot... Yeah, no, I really like the big Coasters. So much fun to ride in Planet Coaster. Uh, was pretty well done. Not boring at all, pretty smooth. It's cool that you get sneak peeks to the Coaster everywhere. Here again, Temple of Death. Have a look, really cool. Really cool. Park Coaster something. Also, das ist echt cool gemacht. Was haben wir jetzt als nächstes? Splash Zone! Oh nein! Oh nein, was haben wir da? Burg Nassberg. Ernsthaft, Burg Nassberg. Das ist eine coole Idee mit den Fahnen. Die gefällt mir echt. Könnte ich klauen. Das ist Burg Nassberg. Okay. Ziemlich leer hier drin. Ziemlich leer. Das ist cool, ne? Das ist echt cool. Das gefällt mir. Rapunzel Kingdom. Ah, guckt euch das an. Schön. Wer auch immer das da hingesetzt hat. Der Park ist doch noch gar nicht so alt. Egal. Also, irgendwas mit Wasser. Okay, also. So, it's called Something with Water, but the original was Burg Nassberg. It means Burg Wettberg. Wett Mountain. Something like that. Oh my god. Okay, natürlich im Falschen. Natürlich im Falschen. Of course we're in the wrong. Das war die falsche Richtung. That's the right one. I hope we don't get a child here. Was haben wir da? An adult. Das ist gut. Ja, so, we see enough. I'm always curious. Burg Nassberg. Burg Nassberg. Soll ich das Wasser so russchalte, was man nix sieht? Hmmm, hab kein Bock am Reshade jetzt russchalte. Aber, I don't want to change the Reshade settings. So, you don't see through the water. Just, take it as it is. Nimm Süßesama. Hallo! Wie wär's mit dem Gips fahren? Naja, okay, hier ist nicht so schlimm. Das ist okay. Ja, wir sehen halt ein bisschen durchs Wasser jetzt. Ah, ja. Sehen wir halt auch so Glitches wie hier mit dem Strauch. So, we see some Glitches, that you usually not see. So, just ignore them. Ignorieren wir einfach. Wurknassberg. Gibt ja schon episch los hier mit der Musik, hm? Episch. Oh, was! Ein Blick mit dem Coaster hinten dran. Was ein geiler Blick. Oh, oh, oh. Das ist richtig geil jetzt. That's a really good view. There's a coaster in the back. Love it. And the sun rising. Oh. Das sieht doch jetzt einfach geil aus. Mit dem Giga. Ja, ja, ja. Okay, sorry. Das gefällt mir wirklich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Man sieht halt viel vom Terrain hier, hm? I see a lot of Terrain. No action. Just chill. And relax. Lean back. Enjoy the music. Wird aufgespießt von ein paar Wurzeln. Ja. That's everything. New Vietnam. So, yeah. Alright. So, yeah. Oh, sorry, dass ich hier das Mikrofon nicht zu mache. Aber, ich kann wohl ein bisschen quatschen. Es ist gemütlich. Gemütliche Fahrt. Chill ride so we can talk a little bit. Again the Giga. I like such interactions. Let's see another coaster. Was passiert halt sonst nix? Also dadurch, dass man ein paar richtig geile Bilder mit ihm kommt, das hat man schon sehr gefallen. Aber ansonsten ziemlich langweilig. A little bit boring. But some really cool views von da ab. Gehen wir hoch zum letzten Rutsch. Denke ich mal. Gehe ich mal von außen? Das ist wirklich gemütlich. Und ja, es hat schöne Vistas. Also es ist nicht schlecht. Aber es ist auch ein bisschen langweilig. Oh, die zwei Towers. Der letzte Rutsch. Prepare yourself. Du 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 du. Du 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 du. Und... Everybody on the bridge gets wet. Da werden sie alle nass. Da glitschen die Flanschen durch die Mauer. Ja. Ja. Da ist ein bisschen glitschen. Wie wächst sogar in der Mauer. Gemütlich, gemütlich. Und fertig. Oh mein Gott. Das ist fertig. Nein. So bad. So bad. So bad. So bad. Ne? Ja. 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 Guckt es mal an. Also da ist die Splash Zones. vorsicht und da kommt einer okay die ist nicht nur ein bisschen nass die sind durchdringt oh Planet Coaster Passing die Bahn die A-Bahn die die Coaster oh, es ist ein ziemlich kurzer Queue hier aber cool gemacht nein, warte auf uns warte auf uns die habe tatsache okay seems to be an insider unfortunately I don't know aber ich schätze ich schätze also ja genießt die Fahrt enjoy the ride die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Lucky Luke. Er hat es immer noch überlegt. Er hat noch viel, viel mehr Mitarbeiter. Ich meine, viel, viel mehr. Nice area. Nice little area. I don't really know where to go. I don't want to miss this thing. Also, ich möchte echt nichts vermissen. Da ist er wirklich. Okay. Ah, hier kommt der Coaster durch. Das ist natürlich auch wieder gut, aber... Das ist schon ein bisschen eng, hä? Ja, da haben wir eigentlich nicht viel verpasst. Kleines, gemütliches Eck hier auch. Schön. Nice fountain. But I miss some heights in this world. Der Fountain könnte so ein paar Lichter gebrauchen. Geht's denn da jetzt überlang? Ich glaube, da geht's denn die... Tsunami... ... 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 Wenn ich aufs Gelett geguckt habe, geht es hier eigentlich noch runter. Okay, gucken wir kurz, gucken wir kurz. Let's have a little look. A little boat to ground the island. Lovely, we don't ride it. Super, aber das fahren wir jetzt nicht, weil weiß, da passiert nichts. Hello. Hi. You know you can't do that? Hello. Meine Fresse. Gehen sie einfach durch den Stein. Das will ich auch können. So geil. Alle mit Superkräften. Tschüss. Gotel. Okay, was haben wir da? Das finde ich auch cool. Wir haben auch schöne Umgebungsmusik hier und so. Oder kommt es von den Riots? Das vermisse ich so ein bisschen. Auf einigen Stellen war glaube ich keine Musik. Leider. Leider hat so Umgebungsmusik. Tropensturm. Der hat sogar einen Namen drin. Tropensturm. Aber passt, passt. So ein bisschen Piratenmäßig angehaut. Mit den Palmen und so. Das ist ja. Wir lassen auch, dass sich schon gut gespielt wird. Aber nachher. Ich habe einen schönen Spielplatz gesehen. Aber später, wenn wir hier zurückkommen. Mal schauen wir mal da. Da. Asia Island. Oh. Ja. Da oben auf dem Ding immer die. Das passt. Das passt. Das passt. Das trifft uns. Kann man lassen. Kann man lassen. Kann man lassen. Das passt. Ui. Immerhin schön verkleidet hier mit Stein. So. Nicely themed. But a little bit empty. But that's. For this. We will. Write it. Ja Sky Temple. Mal wieder Standard Name hier. Standard Names. For what's best. Except their Shoutouts. Also das ist hier der Aussichtstempel. Aber mir fehlt hier. Was ist hier? Okay. Let's go with the dragons. The coaster over us. Ah. Da haben wir hier den Talocant verschnitt. Sorry. Aber ich suche hier. Sonnenuhr. Eingang. Wo. Wie. We. Where are we. Dammit. A little bit empty here. Okay. Ah. Sonnenuhr. Okay. Aber das sieht schon cool aus hier mit den ganzen Effekten. Ich denke mal da geht noch einiges an Effekten an, wenn's dann läuft. Assault. Gears of physics. Aka Sonnenuhr. Das mal in den Test Modus. Das ist loslegt. Just go into the Test Mode. See what's happening. Maybe even night. Just check it out. Just check it out. Also gucken wir uns das mal an hier. Geht was? Passiert was? Something happen? Or not? Should be. Should. Cause I see you have some stuff. Na komm. Ah. Hier geht er los. Wuhu. Das ist cool. I like it. Really cool. Maybe the only effect. I don't know. Vielleicht ist es der einzige Effekt. Ich weiß es nicht. Aber richtig cool. Richtig. Nice done. Nice leader. Kann man lassen. Aber nichtsdestotrotz hätte ich gern Wusch da reingehen zu dem Mann. Das ist ein andere Ding. Der kommt doch auch von hier. Es ist ein Wirrwarr hier. Ah. Da ist er ja. Ah. Und da ist die Aussichtsplattform. Das mal zu. Kann das so. Okay. Und da geht es wieder runter. Okay. Also. Hier. So eine kleine Scheps Eingang zu dem Ding. Okay. Okay. Zentrum 3. Wuhu. Zentrum 3. Yay. Nice. Ähm. Okay. Da gehen wir nicht durch. Weil den Ausgang haben wir gesehen. We have seen the exit of this one. But not. Da haben wir einen Coaster. Jetzt haben wir aber den Namen nicht gesehen. Battle Deluxe. Battle Deluxe? Dammit. Da kommt ein Viersitzer. Und... AUSA! AUSA! BAUSA! 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 Natürlich im Falschen. Wir sind natürlich im Falschen. Oh oh. Dammit. Geht sofort los. Genießt die Fahrt, enjoy the ride. Slow lift hill, very slow lift hill, du weißt, was ich immer hin erraschen. Die Fahrt, weißt, was ich immer hin. Musik 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 Ja, wieder eine richtig coole Kittyfahrt dazu. Ja, Rasten kann build some good kitty coasters in my opinion, da ist der Ausgang, da ist Polst, yeah, Asia Island, but I like this one, ich glaube ich mag den hier irgendwie ein bisschen mehr, Delfinario, da hat er seine Party im TK, ansonsten hat er komplett drauf verzichtet, hier die Steine, so ein bisschen abflachen, oder so, meistens so, mehr natürliche aussehen, aber die Delfine sind echt cool, wenn sogar gefüttert, even got some fish, yeah, you can sit, enjoy the show, but I hope the Delphines, Dolphines, Deluxe TV, yeah, we were on it, I just missed it, I got a little bit bigger aquarium in the back or whatever, I can swim in the sea, it's a little bit small, yeah, yeah, it's a normal Asia Island, all of us nuts, it's also nice here on the mountain, I like this, some little backdrop details, I love this kind of detail, also so ein bisschen Hintergrunddetails finde ich immer cool, gefällt mir sehr, gefällt mir sehr, so, jetzt kommen wir da hin, wo ich mir sehr gefallen hat gestern, wo ich gerne Willow machen würde, und zwar, Hoshi-san Resort, der Eingang sieht schon aus, Love the entrance, let's go in, because here we can have some nice vacation, ja, hier kann man es sich echt gut gehen lassen, das gefällt mir einfach mega Wassertag gemacht hat, allein schon mit dem Wasserspielplatz, und eigentlich klickt den Hai nicht an Benutzernahme, nek, nek und nek, ähm, b-b-b-b-bum, Kevin Haas hat hier seine Hütte und noch wer, nein, das ist der Restauranthaltsnummern bis auf eins noch, der kommt aber dazu, hier auch ein recht cooler kleiner Spielplatz, ah nein, hier, da war noch ein, die Haar, ja, waren ein paar echt coole Whirlpools, allerdings muss man ja kurz mal Reshade ausmachen, kann man es sich doch echt gut gehen lassen, komm, richtig schön da, richtig schön, ah, jetzt in den Sonnenuntergang, abends noch ein bisschen baden gehen hier, nicht vom Hai fressen lassen, I love this area here, I really love it, ja, Benutzernahme hat noch sein Hütchen hier, ganz dezenter Hinweis hier, Benutzernahme, Direkt am Eingang, oh, oh, ja, den hätten wir beinahe übersehen, Au, und Sandy, Mann, 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 gab doch ein paar mehr, beinahe, beinahe übersehen, richtig cooler Golfplatz, muss ich sagen, fällt mir mir egal, Okay, wieder zum Ausgang. Einmal hier rüber hüpfen. Ja, vielleicht mache ich gerade ein bisschen, also ein bisschen schneller als gestern. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Grüne Mamba, da hüpfen wir gleich drauf. Aber erstmal gucken wir, oh, da kommt sie gerade schön im Dunkeln. Das hier wird auch nice integriert. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, Corel-Standard-Name. Standard Names hier. But let's hop on to the green Mamba. By Kevin Haas. Nice little queue line. Außer, dass die soilen da und hier ein bisschen im Weg ist. Oh, es sind sogar Leute. Oha, oha, oha. Even with guests. Ja, let's hop in. Ah, der Falsche, der Falsche. Auch im falschen Sitz. Das finde ich hier ganz cool. Die Kugel rollt weg von einem. Das ist ein schönes Effekt. Die Kugel rollt nicht nach hier. Nicht nach hier. Sehr cool. Ja, ein schönes Liff, ein bisschen langer. Aber es ist okay. Nicht wahr? Ja, es ist schon in Ordnung. Eigentlich nicht. Könnte schneller sein. Also, genießt die Fahrt. Enjoy the ride. Ja, es ist schon in Ordnung. Ja, es ist schon in Ordnung. Ja, ein ziemlich cooler Coaster, außer zwei Transitionen, aber ich liebe es, wie es rund um die ganze Mountain und in den Mountain geht. Also, hat mir echt cool gefallen. Gestern schon, bei Nacht war es jetzt noch cooler. Ich finde es echt geil, wie der ganze Berg genutzt worden ist für den Coaster. Richtig cool. Zwei Transitionen haben wir jetzt noch zurückfallen und hier das Stationgebäude. Die Idee ist cool, aber die technische Umsetzung, da mangelt es hier echt. So ein bisschen, ne? Aber nur ein bisschen. Ansonsten recht cool. Aber wir wissen ja, Innengestaltung ist nicht so ein Herr Raston-Seins. So, we know, Mr. Raston loves that fights. And he does not give rooms a lot of love. More on the outside, not an inside. Aber der View hier ist richtig cool, eigentlich. Schreit nach Abenteuer. It screams adventure, this coaster. But let's go back. Nice little view to the aquarium here. Schon nice, schon pretty. Ist wirklich schön. Gefällt mir mega. Oh, gibt es ein bisschen backtracking hier. A little bit of backtracking. So, fast forward. So, I think we haven't seen this area in the last video before I lost everything. Well, not lost. I mean, I still left the video, but without any sounds. I think we have seen, yeah. We have checked out this flat right, but not the dark right here. Let's go to the dark right. Yesterday I searched for a long time the entrance. I know where it is. But here we have again some little, I'll show it a little later. Flat right. But let's go on the fishing hat. The Fisherman's Hütte here. Kleine Süßu dark right. Hoffen wir mal, das passt hier diesmal. Ohne Kits drauf. Ah, sieht gut aus. Alle groß, alle groß. Wir hatten mal gestern so ein paar Problemchen. Pause. Pause. Nein, 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 nein. Ja, hier sind wir. Da sind wir richtig. Mittelsitz natürlich. Ich würde dir sagen, genießt die Fahrt und enjoy it right. I would say enjoy it right. But I will talk a little bit on it. Because it's, yeah. It's well done. It's nicely done. But yeah, it's a little bit. Yeah. It's nice for kids. It's a little bit more better at night time, so set it to a fixed time of the day. So, here we go. That's pretty. And I love the idea with the blue colored walls room simulating a little bit the underwater area. And here we have trackless and other parts we don't have trackless. That's a little bit weird, but it's okay. Okay, I don't care. It's so bad. He wouldn't have talked about mine. That we won't get through here. It's clear that we'll get through. He won't get through here too. Over the sand. Okay. Wow. Some sharks. Yeah, it's again a nice ride for some little kids. We freuen sich über sowas, die Kleinen. Papa kann ein bisschen chillen und Mama. And parents can chill a little bit on this ride. I mean, I love to go on these kind of rides and parks as well, because usually you have pretty low queue times. I only go on this ride when there's, I don't know, maximum of five minutes waiting time. And just have a little rest. And einfach mal eine kleine Pause auf so einer ride. Das ist schon cool. Lange anstehen muss man meistens nicht, beziehungsweise ich gehe echt nur drauf, wenn man auch nicht lange anstehen muss. Weil das muss nie sein. Das ist cool. Hier draußen so ein bisschen Fantasy-Mix mit Piraten und so. Ein bisschen komisch, aber... Ah, funktioniert. A little bit mix of Fantasy-Mix mit Piraten, I don't know. Das Frontierhaus. Kleine tolle Brunnen. Yeah. I think I did not put music on this one, but that's fine. I have the microphone open, so it doesn't matter. Yeah, here it's all mixed together somehow, I don't know. Vielleicht hat er hier versucht, so so einen Mittelalter-Hafen nachzubauen mit ein bisschen Piraten-Flair. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Maybe it's a medieval... Ja, medieval port, something mixed with some Pirate-Style. Das war die Angel-Löte. Ich bin mir da nie so ganz sicher, das war der falsche Knopf. Jo. Bevor wir es vergessen, den machen wir wieder raus. Das ist auch wieder der Spielplatz. Ich finde den cool. Der gefällt mir wirklich mega, der Spielplatz. Passt ja gut rein. Ja, Leute glitschen. Ich weiß. Da hat man da Aussichtsturm. Ist das schön verkleidet hier mit dem... Das ist echt cool, oder? Und hier hat man noch, ich weiß es gar nicht, wer das benannt ist. Südwind war das, genau. Wir gehen einfach kurz den Ausgarten, um mal die Q zu zeigen, weil die hat mir wirklich gut gefallen. Das ist schön gemacht hier. Das ist echt schön. So eine Q über Wasser gefällt mir echt. Also, it's really well done with this Q-line above the water. I like it. I like it, like it. One of the best Qs in this park, I have to admit. Okay, there we were. Doch, das haben wir gesehen. Mal wieder ein bisschen die Werbung. Ich glaube, auf Brillibis Flugschule waren wir nicht. Aber die müssen wir uns natürlich unbedingt, unbedingt, unbedingt ums mal hier fahren. I think we weren't yesterday or not. I mean, I was, but you not. Nein, 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 nein. Brillibis Flugschule. Überall Propellerchen werden das. Oh, Pause. Pause, Pause, Pause. Da würde ich gerne mit drauf. Ja, das ist der richtige Sitz 5 natürlich. Best Practice hier. Also, hier kann ich es mal wieder sagen. Genieß die Fahrt. Here I can say. Enjoy the ride. Except for this slow, slow lifting. Jetzt machen wir mal hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Richtig cool getimed zur Musik, der Drop. Der Drop war richtig nice. Zwei Transitionen hat man gemerkt, okay, das ging zum Standardstreckenstück vom Planet Coaster. So you recognized one Transition was to your standard looping piece from Planet Coaster. But the Drop with the timed music, really nice, really nice. I wonder who did it. Wer das wohl war, wer dann wohl war. Da haben wir das obligatorische Riesenrad. So obligatory Paris here, nice fountain here. And on the other side, we see again a little bit of the coaster track. Oh, that's nice. There's the hotel. So, just check out this little area here. Hat er auch wieder cool gemacht mit den Flaggen. So hat er da alles hingehauen, du. Okay. Simple, but looks cool. Looks cool. Looks lights. He loves to put lights together. Without a light bug. Wow. Er hat es echt ohne Licht bug geschafft in dem Park. Bis jetzt, er hat noch keinen gefunden. I've not found a single light bug. So I hope we did not miss anything. Because I'm not sure where I went on and where not. So here we go up to the best attraction. But I will do it at the end. Also wenn wir da hochgehen, da geht es dann zum Besten zum Woody. Das war der Ausgang. Haben wir die Attraktion auch gesehen. Und laufen den Eingang lang. And now the entrance. Woohoo. Because we are VIP. And do that. Das dürfen wir. Ah, das ist hier. Da hat er letztens in einem Spotlight erst gemeckert. Und das hier auch. Ja, Technik. Technik müssen wir noch üben. Aber es ist ein älterer Park von ihm. Sei fitzig. Ich glaube, er ist besser geworden. So I think he got a little bit better with building techniques. Ah, Seemannsgrab. Die Schiffschaukel. This is also a pretty nice queue. Small, but cool. Ja, und dann haben wir hier die Schiffschaukel. Sorry, ich bin echt ein bisschen schneller. I'm sorry that I'm a little bit faster today. Because I went through everything yesterday. And I'm so pissed that I set up the microphone the wrong way. So that's the exit. But it's my own fault. So, yeah. It wasn't a computer, it wasn't a software, it wasn't a plant coaster. It was just me hitting the wrong button. Ach, ja. Passiert, passiert. Ui, der glitscht ganz schön hier. Da, Poseidons Rache. Das war mein Lieblingscoaster, kann ich jetzt schon sagen. So, this was my favorite coaster in the park. Nice queue line. Ugly station. Without any details here. Except this beautiful picture of Rapunzel Kingdom. Okay, aber hüpfen wir mal drauf hier. Das ist schon echt cool, der Coaster hier. Poseidons Rache. Natürlich sind wir im Falschen. Hier sieht es doch gut aus. Ja, das passt, das kann man so lassen. Wenn es dann mal losliegt, würde ich auch sagen, genieß die Fahrt. Enjoy the ride. Wenn es losgeht. Go, go. Go. Go, go, go. Du, 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 du. Okay, hier we go. Okay. Okay. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Yep, my favorite coaster in this park. By far, no, not by far, but it's my favorite coaster. Hello, timings. I thought I set up the timings here as well for this, right? Didn't I? I haven't done it yet, but I'm sure I've improved the timings. So, what I really liked was the seaming. So, everywhere a little bit pirate stuff, even here a little pirate village. I love that. I love that. If you put this extra detail on coaster, because that makes the difference. That makes the difference. A well-themed coaster, that's the big difference. So, what do you think about the park? Leave a comment down below or whatever. Also, mir hat's sehr gefallen. Besser als Asia Island. Kann nicht mal genau sagen, warum's mir besser gefallen hat, weil Asia Island hat schon ein paar richtig geile Sachen drin. So ist es nicht. So, I couldn't even say why I like it more. I don't know, but I like it more than Asia Island. So, his new park or latest park. Naja, also. Gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hab genug gemeckert. Genug gelobt. War ein cooler Park. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß in dem Park. Und sorry, wegen dem Chaos mit den Aufnahmen. So, again, sorry. It was a little bit of chaos I had with the recordings. But, I wish you well. Ich wünsche euch. Ciao, ciao.